ARD Text im Auftrag von Funk Yes, man! Los geht's! Album startet! Jetzt wird geerntet! Hey, Richie! Hey, grüß dich! Was geht denn? Ich hoffe, ihr habt geübt. Ja, ein bisschen so. Wenn das Album fertig ist, dann lasse ich euch wieder raus. So kann ein Tag losgehen. Noten aufgeschrieben. Das wirkt jetzt so ein bisschen nerdig, aber eigentlich sind es eher Gedächtnisstützen als alles andere. Hier ist der Gitarren-Aufnahmeraum. Wir haben den Summer Mario Softic Mic. Ein sehr alter Amp und Orange. Wollen wir? Das ist halt echt. Ja? Ein bisschen Mathe angesagt hier. Die beste Möglichkeit war jetzt einfach die Bass-Trance reinzumachen. Das sind Player 1 und Player 2. Die spielen Tetris oder Super Mario. Die wissen es nicht genau. Mach es, Junge! Mach es, Junge! Oben an dich! Ja! 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 Das ist schade! Also es gibt ein Song. Ist ein Cover von einer sehr, 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 sehr berühmten persischen Sängerin. Guguş. Ein bisschen westlich angehauchte Popmusik. Nicht so sehr traditionell persisch, groovy und so 70s Vibes. Sie sind halt extrem frei. Unsere Version ist schon ein ganzes Stück anders, aber man wird, wenn man das Original kennt, das auch wiedererkenner als Iraner, weil er sehr bekannt ist. Wie steht's denn so zwischenmenschlich bei euch? Ja, also ich sag mal, ja, verstehen uns gut, versuchen uns gegenseitig zu helfen. Beim ersten hast du es richtig gemacht, der erste ist ja genau das gleiche wie der zweite. Ja, dann spielen wir einfach den kleinen Schnipsel zum... Oder der letzte Durchgang meinetwegen. Das ist jedes Mal zu lang gespielt. Dill-dun-dill-dill-dill-dill-dill. Müsli, Müsli. Oh Gott, genau, ja. Müsli, Müsli. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Stefan. Happy Birthday to you. Alles Gute, ey. Drei Minuten, ich hätte gedacht. 2.000 Jahre später. Dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill. Dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill-dill Du hast Kaffee? Oh Gottes Willen, Albu ist fertig! Alter, wie ist das denn passiert? Das ist ja krankspielig was. Können wir jetzt gehen oder wie? Ist ja schon dunkel draußen. Schau, Richard. Wir haben es geschafft, Mann! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, Mann! Wir haben es geschafft!